Hallo und herzlich willkommen hier bei Flipfreud. Wir gucken uns Watch People Dying Side 11 an auf vielfachen Wunsch und wir versuchen eine Try Not To Augenbrauen hochziehen. Auf Ollis Wunsch. Auf Ollis Wunsch. Das kann ich mit meiner Mimik gar nicht. Was nicht erlaubt ist, du guckst ein Video und machst den hier. Nicht erlaubt. Ich guck ständig so. Na gut, wir werden sehen. Let's go. Let's go. Das kenn ich. What? Was ist das denn? Ich darf mein Gesicht nicht bewegen, das ist super anstrengend. Was ist das? Was war das? Was? Was ist das erste? Was ist das? Ja, irgendwas aus ganz vielen kleinen Teilen. Nope. Nope. What the fuck? Oh my god, I'm gonna pass out. Oh my god, you pass out. Oh my god, I'm gonna pass out. Oh Gott, ja genau, Augenbrauen runter geht, oder? Okay, vielleicht hat sie das Leben gerettet, Hilfe mir, Mensch, tu Dinge, oh nein, es dauert so lange, der stirbt gerade innerlich, aber richtig, Alter. Ja, kauft euch die scheiß Brille, mein Gott. Und, was ist drin? Neue Sonnenbrille, Sonnenbrille. Ah nein, keine Ausgekugelten. Was? Oh. Oh. Oh, nein. Oh. 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 Können wir wieder, wie gut das war? Wie gut war es denn drauf? Oh. 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 Dicker, muss brechen. Oh ne, mach dich nochmal ein, bitte. Oh, voll, du Ickiger. Oh, voll, du Ickiger. Oh, voll, voll. Wie er geweint hat. Ah. 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 Ah, der ist echt so schlau. Ah. Ah, der ist so schlau. Ah. Ah. Schön aufschnitt. Äh. Ich meine, die obere Gesichtshälfte von mir ist paralysiert, ich muss mich so zusammenreißen. Es sieht bestimmt auch übel dumm aus. Also wie wir hier gucken. Wie ein Bekiffter gucke ich. Was ist Ihr Problem? I'm actually gonna kill you. Was? Also ich hab's verstanden. I'm actually gonna kill myself, hat sie gesagt. Aha. Na gut, aber warum? Ja. College halt. Okay, cool. Oh, sad. Sehr geil. Was? Sie haben ihr Weiß gemacht, sie hält einen tödlichen Drop-Bear, der ihre Angst fühlen kann und sie umbringt, wenn er es merkt. Was haben sie ihr Weiß gemacht? Offensichtlich kennt sie keine Koalas. Ah, okay. What? Take it off, take it off, take it off. Take it off me. Okay. Alright, alright. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber. Alright, good way, same. Thanks, same. Let's go. You're kidding me! You're kidding me! Sie weiß nicht, was ein Koala war? Nee. Okay. Er ist ja geil. Er ist ja geil. Ja, das ist so reudig. Nee, das ist super reudig. Ich glaub, das ist viel Platz jetzt so ekelhaft. Ach nee, doch nicht. Okay. Falsches Video. Das Lachen ist halt insane. 14% Sub-Saharan-African. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Hey! Hold on. Sie sind super geil drauf. This is called Statistical Noise. Sweetheart, you have a little black in you. Statistical Noise? I'll tell you what, you might have a little water gone, man. So, hey. Bro. That's Shun Shun. That's Shun Shun. 13. Boom. King size. That's cool. That's for you, man. Okay, here you go. Thank you, thank you, thank you. I got it in your songs. Oh, ha, 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 ha. Und sie hat nicht gewonnen. Unangenehm. Kamera, geh bitte weg. Geh bitte weg, Kamera. Oh, die Tränen kommen schon. Geh weg, man. Oh, Gott, Alter. Das ist der beste Kameramann der Welt, Alter. Ich stelle mir auch vor, wie er einfach gar keinen Tele hat und sein Objektiv ist wirklich einfach die ganze Zeit hier. Ist auch so, der ist auf... Non-Stop, Alter. Der ist auf 30, 40 mm oder so. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Und alle so, ey, das muss doch abgesprochen sein. Das muss doch abgesprochen sein. Das ist ja nur gut. Wie unangenehm. Oh, Gott, ist das der Todesgrinch. Ich komme gar nicht klar. Geh nochmal auf, Brett. Geh nochmal auf, Brett. Oh nein, mit Quentin machst du das nicht. Nee. Der haut dich, wenn es nicht abgesprochen ist. Okay, er überspielt es. Die Kont. Aber jetzt kommt der Moment, oder, Quentin? Jetzt kommt der Moment. What the fuck? Für was ist das? Warte mal. Es sind Brad Pitt, es sind... Das sind die Oscars. Ja, aber welcher Film? War das Margot Robbie? Ja, war es. Dann ist das jetzt gerade tatsächlich sogar relativ neu gewesen. Dann ist das... Hier, wie hieß denn der, dieser Charles Manson-Film? Once Upon a Time in Hollywood war das doch, oder? Ja, kann sein. Alter, das Ende war so lang. Warte, ich dachte, die Augenbrauen wieder hochziehen, oder? Alter, fantastisch. Ich dachte, die Augenbrauen wieder hochziehen, ne? Ja, ich muss auch erst mal mein Gesicht hier irgendwie... Das war nicht einfach, Alter. Ich hatte gerade was getrunken, das hat mich komplett aus dem Leben genommen gerade. Aber noch lebe ich. Besser. Also, viel Spaß noch euch, Freunde. Ah, ja, ja, ja. Tschüss. Und... Also, viel mehr circa.